Das ist Lukas, ich bin Jens, wir kommen aus Leipzig und wir haben den Fluxback erfunden, die smarteste Luftpumpe der Welt. Der Fluxback ist extrem einfach zu bedienen, man muss nur einmal hineinblasen, um ihn zu füllen und kann dann mit dieser Luft sämtliche Aufgasgegenstände, die du dir vorstellen kannst, aufblasen. Du fährst an den Strand, willst einen Tag Spaß haben und was erwartet dich als erstes? Diese wirklich widerliche Aufgabe, Dinge aufzuglasen. Das wollten wir ändern und das haben wir geändert mit dem Fluxback. Das ist dreimal so schnell, ist viel kleiner als eine Fußpumpe, viel leichter. Wir haben die letzten 30 Jahre diese Fußpumpe mit uns rumgeschleppt, die nächsten 100 Jahre gehören dem Fluxback. Fluxback, die clevere Luftpumpe. Dreimal schneller als aufpusten oder aufpumpen. Pumpen Sie mühelos Luftmatratzen, Aufblastiere, Schwimmflügel, Badeinseln, Schwimmtiere. Und so einfach geht's. Einmal pusten genügt, um den Fluxback mit Luft zu füllen. Fluxback zusammenrollen und verschließen. An den Aufblasegegenstand anschließen und fluxen. Der geniale Fluxback, 150 Gramm leicht, bestimmt aus reißfestem Polyester und hat Düsenaufsätze für nahezu alle Ventile. Auf die Plätze, fertig, fluxen. Der Fluxback hilft dir ganz einfach und ist dreimal schneller als deine Lunge oder herkömmliche Luftpumpen. Fluxback, die clevere Luftpumpe. Dreimal schneller als aufpusten oder aufpumpen. Der smarte Fluxback ist eine absolute Weltneuheit. Durch das geringe Packmaß ist es immer und überall dabei. Denn einfacher geht es nicht. Ideal im Urlaub, am Strand oder beim Campen. Fluxen statt pumpen. Der Fluxback, die clevere Luftpumpe. Fluxen statt pumpen.